Hallo zusammen, ich bin Jörg. Schön, dass ihr heute wieder reinschaut. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir werden oft genug gefragt, was tut ihr zum Thema Nachhaltigkeit? Dazu möchte ich euch heute mal ein paar Fakten nennen. Da wäre zum einen, dass wir unseren Strom aus unserer eigenen Photovoltaikanlage auf unserem Dach nutzen. Außerdem bieten wir zum Beispiel klimaneutralen Druck an. Wir können sämtliche FSC und PEFC-Logos mit in unseren Drucken verwenden, wenn ihr das möchtet. Wir haben eine Wärmerückgewinnungsanlage, unsere komplette Geschäftsführungsriege fährt mit Elektroautos und unser Bienenvolk auf unserem Fremengelände fühlt sich natürlich pudelwohl. Außerdem beziehen wir seit kurzem unseren Strom zu 100% aus Wasserkraft, somit 100% Ökostrom. Natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit auch bei unseren Materialien ein Thema. Und da habe ich euch heute mal zwei Beispiele zu zeigen. Und zwar einmal unseren Naturkarton, unseren braunen. Das ist aus ökologischer Sicht der nachhaltigste, weil er nicht gebleicht und nicht gestrichen ist. Er besteht zu 100% aus Fasern und wird zusätzlich zu 20% aus dem übrig gebliebenen Holz aus der Industrie hergestellt. Genauso ökologisch, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ist unser Graspapier. Das seht ihr vielleicht hier. Das Graspapier besteht maximal zu 50% aus tatsächlich Grasanteilen. Man riecht es auch ein wenig, lässt sich gut bedrucken. Und diese beiden sind natürlich ökologisch gesehen unsere Renner. Aber wie immer gilt, bei Fragen jederzeit auf mich zukommt. Ich freue mich. Ich freue mich.